Die Drachen Manfred und Tan standen vor einem riesigen Goldhaufen. Sie tritten sich um das Gold. Ich will das Gold, damit ich mir einen großen Schloss mit Lava-Pool kaufen kann. Dann hab ich kleine Diener, die mir jeden Wunsch erfüllen. Hast du noch alle Tassen im Schrank? Ich will das Gold, denn ich will mir eine Traumensel kaufen. Ich will den guten Geistern verlassen. Ich will auf jeden Fall in meinen Lava-Pool. Und ich meine Traumensel. Da sie sich nicht einigen konnten, fingen sie an zu kämpfen. Manfred fing an, Feuer zu speien. Und Hans versuchte, Manfred zu beißen. Hör auf, Feuer zu speien! Du hast nicht zu beißen! Plötzlich kam Sanik angerast und verteilte die Goldstücke. Jetzt lagen die ganzen Goldstücke verteilt herum. Und Sanik sagte, Wenn sich zwei streiten, freuen sich die armen Drachen über die Goldstücke. Moral der Geschichte streiten lohnt sich nicht. Und dann schau sie an, Feuer zu speien! Und dann schau sie an, Feuer zu speien! Untertitelung des ZDF, 2020